Zum Jahresausklang sprechen wir noch einmal über konvergentes Vorgehen in der Konstruktion. Als mittlerweile gestandene KonstrukteurInnen legen Sie natürlich als erstes Ihr Ziel, das Sie erreichen wollen, fest. Diesem Ziel nähern Sie sich dann in iterativen Schleifen, aber dennoch beharrlich. Und das bezeichnet man in der Konstruktionswissenschaft als konvergentes Vorgehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtspause vom sonst so hektischen Studienbetrieb. Wir loses Aufwand bekommen. Wenn Sie ein Schleifikat haben, können Sie auch aufgrund des Geschwärtsそれは geschehen sollten. Untertitelung des ZDF, 2020